Ein Toilettenwaschraum mit Waschbecken, Spiegel und einer jungen Frau, die sich schminkt. Aber der Spiegel ist kein Spiegel, sondern eine Glasscheibe. Hinter der Glasscheibe gibt's den gleichen Waschraum nochmal, Spiegel verkehrt natürlich. Und die junge Dame, die Sie hier sehen, das ist nicht eine junge Dame, sondern ein Zwillingspaar. Mit einer Schwester hinter der Scheibe und einer davor. Das ist ja seltsam. Sehen Sie mich im Spiegel? Also ich kann Sie sehen. Ich Sie auch, aber... Das ist ja grob. Sie selber sehen Sie aber nicht. Doch. Aber ich sehe mich da nicht. Wohl zu viel Ablage sehe ich. Jetzt sehen Sie mal da hin und gucken Sie an die... Ich gucke mal da ab. Ich sehe Sie aber nicht nicht. Und jetzt sehe ich nur Sie und ich nicht. Also ich kann Sie sehen. Ja, ich sehe auch. Jetzt möchte ich jetzt wissen, was das ist. Ich sehe hier auch das, aber... Achso, die haben die Hand nicht gesehen. Die ist nur von vorne. Das ist... Stehen Sie mal da hinten. Nein, ich sehe ich nicht. Ich weiß nicht. Ja, was ist das denn? Was ist das denn für ein Ungeschech der Liebe? Ja, tatsächlich. Sie müssen sich sehen, weil Sie das nicht haben. Ich weiß nicht. Was ist denn es für ein Ungeschech der Liebe? Danke. Haben Sie ein Problem? Was ist denn das im Spiel? Also ich kann Sie sehen. Ich mich nicht. Kann ich auch nichts dafür. Das ist ja ein Wort. Nein, Sie haben auch nichts. Wie spät ist das? Ich bin ruhig in einem Moment. Ich spüre es kaputt. Gegen vier, kurz nach vier. Danke. Ich spiele nicht verarschen. Haben Sie ein Problem? Ich sehe mich hier spielig. Keine Ahnung, es wird sogar. Erzählt mich nicht. Tolle Anmache, wirklich. Erzählt mich nicht. Entschuldigung, sehen Sie mich im Spiel? Ja. Ich sehe mich da nicht. Ganz einfach nicht. Das ist keine Ahnung. Wahrscheinlich sind Sie ein Vampir. Ich bin nicht. Das ist doch so. Ich bin nicht. Sie kann man sehen und ich kann man nicht sehen. Da kann ich mich nur bei jedem darin stellen. Das ist ja merkwürdig, ne? Das ist ja okay. Sie sieht man und ich sieht man nicht. Das habe ich aber noch nicht erlebt. Das ist ein Ding. Ich bin unsichtbar. Aber nicht schlecht. Können Sie sich sehen? Nein. Wie fühlst du mich sehen? Ja. Ich sehe mich nicht. Jetzt sind Sie da weg. Ich würde direkt mal gucken, wenn jemand anders reinkommt, ob das auch so ist. Jetzt siehst du wieder. Das Ding, ne? Ich komme vom anderen Stern, glaube ich. Das ist mir zwar noch nicht bewusst, aber irgendwas stimmt dann nicht. Das fass ich nicht. Nehmen Sie nochmal die Brille runter. Ja. Ja. Ich sehe mich nicht. Jetzt siehst du dich nur auf den Mantel. Stell dir nicht mal, ich habe da hier. Das kann ich auch nicht angehen. Ich habe zu dir. Das habe ich noch nicht erlebt. Ja. 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 Kommt ihr nochmal zurück? Das ist doch nicht. Oder ist das Ihres? Zeit ist, nicht so. Ja. 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 Einusu.